Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute diskutieren wir in zweiter Lesung über die Novelle des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes. Es geht also darum, in welcher Form das Land die privaten Ersatzschulen finanziert. Ersatzschulen sind Privatschulen, die das gleiche Bildungsangebot garantieren wie öffentliche Schulen. Deswegen ist der Betrieb von Ersatzschulen in Deutschland auch grundgesetzlich garantiert. Gemäß Art. 7 Abs. 4 Grundgesetz bedarf der Betrieb einer Privatschule, aber auch einer staatlichen Genehmigung. Auf diese hat der Betreiber einen Anspruch, wenn die Qualität der Privatschule der einer öffentlichen Schule gleichwertig ist, dann haben sie auch einen Anspruch auf öffentliche Finanzierung, die in Hessen über dieses Gesetz geregelt wird. In Art. 7 Grundgesetz ist aber auch ein Sonderungsverbot festgeschrieben. Das besagt, dass Schulen, deren Praxis eine Auswahl der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern ermöglicht, keine Genehmigung erhalten dürfen. Das besagt im Übrigen auch Art. 61 der Hessischen Verfassung. Ob das Sonderungsverbot in Hessen aber auch wirklich überall eingehalten wird, das wissen wir gar nicht genau. Denn ob die Ersatzschulen auch Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien in jedem Fall auch wirklich Ermäßigungen beim Schulgeld anbieten, die dazu führen, dass auch wirklich jeder sich das leisten kann, an dieser Schule unterrichtet zu werden, wird in Hessen nicht richtig kontrolliert. Alle drei Jahre müssen die Schulen selbst Angaben dazu machen, also eine Selbstauskunft, ob sie sich noch an die Regeln halten. Aus der Antwort der Landesregierung auf unsere Große Anfrage aus dem März letzten Jahres geht hervor, dass das Land gar nicht weiß, welches Schulgeld von den jeweiligen Ersatzschulen erhoben wird, geschweige denn, welche Ermäßigungen für Kinder aus einkommensschwachen Familien vorgesehen sind. Hier gibt es ein systematisches Desinteresse zulasten von benachteiligten Schülerinnen und Schülern. Für uns als LINKE gilt, bevor man noch mehr öffentliche Mittel für Privatschulen ausgeben will, muss man zunächst sicherstellen, dass das Sonderungsverbot überall in Hessen auch wirklich eingehalten wird. Zur Realität gehört aber auch, das will ich ganz deutlich sagen, dass Ersatzschulen nicht immer Schulen sind, die darauf abzielen, eine Elitenförderanstalt zu sein. Stattdessen übernehmen sie in Hessen durchaus auch wichtige Aufgaben, die das öffentliche Schulwesen aktuell nicht leistet, z. B. in dem Bereich der Bilingualität oder auch von Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Auch werden an Ersatzschulen oft pädagogische Freiheiten ermöglicht, um bessere und modernere individuelle Förderung umsetzen zu können. Es gibt viele engagierte Lehrkräfte und Schulleitungen, die Kindern unabhängig von ihrer Herkunft die beste Bildung ermöglichen wollen. Dennoch geht das Problem mit der Sonderung durch Privatschulen tiefer. Die Höhe des Schulgeldes für die Schülerinnen und Schüler ist nicht allein ausschlaggebend. Ich will das auch kurz darlegen. Die soziale Herkunft von den Schülern an Ersatzschulen weicht im Durchschnitt erheblich von der an öffentlichen Schulen ab. An Ersatzschulen finden sich sehr viel häufiger Schülerinnen und Schüler aus Elternhäusern mit hohem Einkommen oder Vermögen. Eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge liegt das durchschnittliche Nettohaushaltseinkommen an Privatschulen bei 29.000 €, an öffentlichen Schulen hingegen bei ungefähr 21.644 €. Während bei Privatschulen nur 9 % der Haushalte Sozialleistungen beziehen, sind es bei öffentlichen Schulen 20 %. Einen Migrationshintergrund haben 11 % der Kinder und Jugendlichen an Privatschulen, an öffentlichen Schulen hingegen 23 %. Angesichts dieser Realität muss man feststellen, dass eine Sonderung im Durchschnitt stattfindet, auch wenn das von den einzelnen Schulen überhaupt nicht gewollt wird. Wenn man gleichzeitig feststellen muss, dass der Anteil an Schülerinnen und Schülern, die eine Privatschule besuchen, konstant ansteigt und in Hessen mittlerweile über 7,3 % beträgt, dann ist das ein wirkliches Alarmsignal. Besonders in Frankfurt, Wiesbarn und Darmstadt gibt es einen regelrechten Privatschul-Boom. Den höchsten Anteil an Schülerinnen und Schüler gibt es an privaten Gymnasien und Förderschulen, aber insbesondere private Grundschulen sind in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen. Dann muss man sich als Landesregierung doch einmal fragen, woran das liegt, dass Privatschulen immer beliebter werden. Wenn immer mehr Eltern ihre Kinder auf private statt öffentliche Schulen schicken, dann ist das doch wirklich ein sehr schlechtes Zeugnis für den Kultusminister, meine Damen und Herren. Dann muss man sich schon die Frage stellen, welche Prioritäten man als Landesregierung mit diesem Befund setzt. Sie wollen jetzt massiv in die Ersatzschulen investieren mit insgesamt über 250 Millionen €. Dazu kommt noch eine Dynamisierung der öffentlichen Mittel sowie eine Förderung der Gründung von Privatschulen. Ja, laut Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts müssen Ersatzschulen so ausfinanziert werden, dass sie betrieben werden können. Aber ein solch hoher Aufwuchs der öffentlichen Mittel erfüllt hier nicht nur den Anspruch der Rechtsprechung, sondern geht eben darüber hinaus. Schon jetzt übersteigen tatsächlich die Pro-Kopf-Ausgaben in Gesamtdeutschland, aber auch in Hessen für Schülerinnen und Schüler an Privatschulen, die Pro-Kopf-Ausgaben für Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen. Da sind es nämlich laut Bildungsfinanzbericht im Jahr 2021 8.200 € gewesen. Dieser Wert wurde schon 2013 für Privatschulen erreicht, dürfte also mittlerweile auch ohne diese Erhöhung deutlich darüber liegen. Wenn gleichzeitig die Einhaltung des Sonderungsverbots nicht angemessen kontrolliert wird, dann ist Ihr Gesetzentwurf leider nichts weiter als ein Konjunkturprogramm für eine weitere soziale Spaltung im Schulsystem. Dem können wir leider als LINKE nicht zustimmen. Als LINKE wollen wir die öffentlichen Schulen zu den Besten machen. Wir wollen mit deutlich höheren Investitionen in Bildung dafür Sorge tragen, dass Eltern von Kindern mit besonderen Bedarfen oder Einschränkungen nicht mehr auf Ersatzschulen zurückgreifen müssen, sondern es vollkommen klar ist, dass das öffentliche Schulsystem für alle die erste Adresse für gute und inklusive Bildung ist und Bildungsungerechtigkeit, die durch Gesetze wie diese zementiert wird, ein Thema von vorgestern ist.